Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War 4 oder God of War. Man könnte es ja nennen, wie man will. Es ist ja ein Neuanfang. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben. Wir haben gegen den mysteriösen Fremden gekämpft. Der war höchstwahrscheinlich ein Gott, weil er hatte Kräfte wie Kratos, wenn nicht sogar noch größere. Und, ähm... Du siehst was? Ha, vielleicht den Steg da oben? Keine Ahnung. Wir werden jetzt weiterspielen. Ich hoffe, euch wird mein Let's Play gefallen. Kann ich hier hochklettern? Jo, kann ich. Gut, dann klettern wir mal hoch. Dem ein oder anderen wird schon aufgefallen sein, dass sich God of War geändert hat. Okay, da oben kann ich nichts machen. Man muss natürlich sich auch ganz gut umschauen, ne? Also, einfach so hier nur langlatschen oder so, ist nicht. Ah, guckt mal. Was ist denn das denn da? Okay, das funktioniert also nicht. Die Frage ist jetzt, wo ich weiterkomme. Ich denke mal, wir müssen hier hochklettern. Ist einfach nur, wenn ich wahrscheinlich runtergeschleudert werde oder wir wieder zurück müssen, dass wir dann hochklettern können, ne? Gut, dann machen wir mal uns weiter auf den Weg. Sieh nur, die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber, das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Schalterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm, wir schauen nach vorne. Ja, Leute. Also, ich weiß immer noch nicht, wer die Mutter ist von Atrius. Aber ich denke mal, es wird eine Göttin gewesen sein. Weil wir haben im letzten Part ganz kurz gehört, Frey. Und viele Namen für Frey gibt es ja nicht. Da bleibt ja nur Freya. Vielleicht wurde die auch mal anders genannt. Wer weiß. Weil Atrius ist ja auch ein Halbgott. Ähnlich wie halt Kratos. Oh, hier vorne. Was für ein geiles Detail, oder? Da ist ein Nest mit Eiern drin. Der Wald sieht sehr, sehr schön aus. Also, Santa Monica hat hier echt ganz schön was erreicht. Die Grafik. Wow. Was? Was denn? Ich weiß leider nicht, was der von mir will. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe weiter. Man ist gerade zu doof, ne? Ich will ihn ansprechen, aber das geht nicht. Vielleicht hat da unten irgendwas rumgeliegen und ich konnte es nicht sehen. Wer weiß. Hat uns nicht zu interessieren. Wildwaldgrinze. Ja, das wären wir. Also, ganz ehrlich, Leute. Das ist einfach nur voll krass, ne? Ich werde mal auch ein bisschen häufiger mit meinen Händen kämpfen. Na, danke sehr, mein Sohn. Und BAM! Was ist das für ein Drauger? Leider war das jetzt daneben. Ist mir aber egal. Und. Boah, wie geil. Und. Oh, ich kann nichts machen. Ah, okay. Ist ein Bug wahrscheinlich. nicht. Und. Tschüss. Der ist ihn lieber. Alter, das war ein Neutvieh. Gefahrenanzeiger von um Hakratos herum zeigen Gegenden aus der Sichtweite an. Goldene Zeiger kennzeichnen nahe Gegner. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Also. Das Spiel ist mitunter schon ein bisschen schwierig. Aber ich find's geil. Na. Boah. Der totale Wutausbruch. Noch mehr Gegner. Ich bin bereit. Achtung. Feuer. Das Atrius in Ruhe. Du Schwein. Das erinnert mich schon ein bisschen an früher. Muss ich sagen. Ach, verdammt. Alter. Das ist ein bisschen doof, ne? Das ist ein bisschen doof, ne? Tschüss. Ja, wie wir da schon gehört und gesehen haben, Kratos versucht auch, ähm, seinen Sohn etwas beizubringen. Guck mal da oben. Wo? Das ist immer mit dem, guck mal nach oben und so. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo wir hin müssen. Das Gebiet ist ja ein bisschen offen. Der Weg zum Berg. Der Weg Richtung Berg. Wir sind wahrscheinlich richtig. Ja, man kann ihn auch schaden, aber nicht besonders viel. Oh, die Grafik. Ich meine, guckt euch das mal an, die ganzen Partikel-Effekte und so. Die Detaildichte. Ich meine, von dem Gras und von den Bäumen und wie auch immer. Man kann die auch kaputt machen. Also zumindest im Kampf. Ich habe hier was übersehen. Kann man eigentlich auch runterspringen? Nee, das geht nicht. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Ich laufe hier ein bisschen hin und her, weil ich halt nicht weiß, wo es lang geht. Wie gesagt, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, dann kann sowas schon mal passieren. Oh, hier ist ein bisschen was. Energie. Die brauchen wir. Wir können auch die Axt wegpacken und auch so kämpfen. Ich weiß nicht, ab wann wir uns aufleveln können oder was wir aufleveln können. Ich glaube mal, das kommt noch. Waffen. Ja, wie kann ich ihn wechseln? Ah, ich habe einen anderen Schild, ne? Ich habe nämlich drei Schilde. Er hat nichts. Die Axt. Okay. Eine Runen habe ich auch nicht. Mit Runen kann man zum Beispiel die Angriffe verstärken. Unter anderem oder andere Effekte, glaube ich, einfügen. Okay, mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Und was als nächstes passiert, ne? Ich bin gespannt. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Ja, das ist eine. Dankeschön, Atrius. Okay. Leichter Runenangriff für einen extrem schnellen Ausschluss von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Geil. Das ist geil. Halten Sie ernst gedrückt und drücken Sie dabei um einen leichten Rückstoß. Ah. Das glaube ich auch. Los. Danke. Ach, Atrius, warum tust du sowas? Vater, hilf mir! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! Ach. 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 Oh mein Gott. War gar nicht so schlimm. Augen. Auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Ach. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind Sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen abwehren. Okay. Mit so vielen Gegnern ist es schon ein bisschen schwierig, ne? Oh, geil! Geil! Und Mut! Ich finde es so geil. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die machen wir so. Platz. Und Boom, Baby! Alter Falter! Ich meine, die Kämpfe sind schon verdammt geil und die Fähigkeiten auch. Bis jetzt zumindest. Ich bin mal gespannt, wie sich das demnächst ändern wird. Was? Ah, da ist ein Schrein. Mal gucken, was er sagt. Wenn er es Atreus übersetzen kann. Wie ist es? Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Da, über uns! Etwas bricht denn durch! Boom! Ah, ich weiß. Alter, was ist das denn für ein Ding? Boah, was? Ja, und das Problem ist, die sind auch stärker. Alter, das mit dem Abwehren ist ja schon mal richtig schwer gerade. Alter, willst du mich verscheißern? Ich brauche die Energie. Ne, das wird nichts. Katos, wir brauchen den Wutangriff. Nein, ich kann nichts tun, Alter! Ich bin echt tot. Ich auch. Ich kann leider keinen Wutangriff einsetzen. Ja, der Angriff braucht eine Weile, bis er funktioniert, ne? Man, ich wundere, dass ich hier nicht kämpfe wie sonst, ne? Alter! Ey, das ist doch absurd schwer, Mann! Also, wisst ihr, das ist schon echt hart, ne? Ich meine, ich muss mich noch dran gewöhnen, aber... Alter, Falter, ist das ein Schwierigkeitsgrad. Na, ich weiß, danke, mein Sohn. Ja, das Geile ist auch, ne? Es gibt hier keine weitere Energie, weil wenn man sie einmal eingesammelt hat, ist sie weg. Das finde ich nicht so geil. Das war in den anderen God of War-Teilen ein bisschen anders. Ach, Mann, ich kann... Krieg gleich die Krise! Das ist viel zu schwer, Alter! Das ist einfach mal unglaublich, wie schwer die Scheiße ist. Ey, es wird nix, ne? Oh, das gibt's doch einfach nicht, Mann, ey. Also, ganz ehrlich, liebe Entwickler, wenn ihr das Spiel entwickelt, dann lasst auch bitte noch die grünen Punkte vorhanden, man. Ansonsten macht ihr das Ö-Turm nicht schwer. Und das nervt. Ja, komm endlich! Weil ich auch total dumm finde es, ja? Ich kann nix ausrichten. Und der riecht gleich so viel Schaden aus. Alter! 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 Ey, das ist absurd, ne? Schwer. Oh Mann, warum raucht dein Kratos so lange, Alter? War doch früher auch nicht der Fall. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Das ist absurd. Ich kann auch nicht mal die Fähigkeiten einsetzen, weil das viel zu schnell geht hier. Alter. Greif ich an, ja? Dann ist es schon zu spät, theoretisch. Und? Boah, das kann doch nicht wahr sein jetzt hier. Ich bin schon wieder tot. Ey, was ist denn das für ein absurder Scheiß? Ich bin genervt. Und zwar extrem genervt. Ja, ist doch gut. Ich weiß es. Alter. Ey, wendet die so. schwer wäre, ne? Oh Mann, ich krieg... Ich hab schon wieder keine Energie mehr. Ey! Willst du mich langer Verscheißern? Ich muss erst die kleinen platt machen, ne? Ey, das kannst du vergessen. Ich bin ein Eidot, ne? Also... Keine Ahnung, wie sich die Entwickler sowas vorstellen. Also, keine Ahnung. Für mich ist es echt ein bisschen zu hart, ne? Mann, das kannst du jetzt vergessen hier. Kein Bock, nochmal zu sterben. Wirklich. Ich kann nix machen, Alter. Das ist doch scheiße. Nutz doch endlich mal deine verdammten Fähigkeiten, alter Junge. Boah, Mann. Also, gegen zwei so einen Gegend dann gleichzeitig, ne? Das ist viel zu schwer. Allerdings, mach auf uns. Das war unfair. Boah, war das hart. Alter. Wo denn, mein Sohn? Wollen wir da runterspringen können? Ja Leute, ich würde mal sagen, wir werden hier aber ausmachen. Denn, ich bin ja schon bei 27 Minuten. Der Kampf war ganz schön anstrengend. Also ich muss mich demnächst auf jeden Fall ranhängen. Das steht fest. Es hat mich trotzdem gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like und ein Kommentar eurerseits sehr freuen. Und wenn uns sonst noch irgendwas einfällt, dann lasst mir das doch bitte auch im Kommentarbereich. Also, bis denn und Tschüss! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.